Let's Play Paraworld kann ich das halt nicht so super sehen. Jetzt muss ich lautstark hochdrehen. Weil jetzt, obwohl ich das leiser gemacht hab, an meinem Headset, kann ich das Rauschen immer noch hören. Ich weiß nicht. Da ist, glaub ich mal, bezüglich dem irgendwo ein Fehler. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch einfach nur, weil ich das hinten an meinem PC angesteckt habe. Und sowas. Und wenn ich irgendwas hinten an meinem PC anstecke, dass das nicht irgendwie hundertprozentig gut läuft. Ich weiß es nicht. Da muss mein Maus auch jedes Mal, wenn ich meinen PC einschalte, ein- und ausstecken. Wenn ich das vorne am PC einstecke, dann muss ich das nicht ein- und ausstecken. Versteh ich irgendwo nicht ganz. Aber naja. Kann aber vielleicht auch dran liegen, dass die Buchsen da hinten schon etwas älter sind. Ich weiß es nicht. Naja. Ich bin auf jeden Fall weiter. Und ihr fragt euch so, Wieso ist denn Kapitel 5 schon da? Du hast auch Kapitel 4 nicht gespielt. Sagt zufällig daran, ich hab gestern Kapitel 4 aufgenommen, eineinhalb Stunden. Bloß hatte ich den Ton, hatte ich meinen Mikro in dem falschen Slot drin und es hat kein, äh, meine Stimme nicht aufgenommen. Und ich hab keine Ahnung, wie ich das im Nachhinein vertonen kann, soll. Oder so. Oder lag das Problem? Ja, Leute. Das Problem lag da. In dieser Sache. Nun ja, aber auf jeden Fall, ich spiele jetzt nochmal der Wüstenstamm dieses Mal mit meinem Ton. Ich versuche mich auch zu beeinflussen, vielleicht kann ich doch die heilige Stadt sogar noch mit dazu nehmen. Weiß es nicht. Mal gucken. Wir werden auf jeden Fall nicht allzu lange rumlabern und hier müssen wir uns starten machen. So, dann werde ich Cole dahinhauen. dann Mission starten machen. in der Hose, da, das ist gerade etwas unpraktisch, aber Mission starten einfach mal. Na. Ich wünschte, ich verstünde mehr von Anthropologie. Die Wüstenreiter sind ein faszinierendes Volk. Sie sind warmherzig und gastfreundlich und leben mit ihren Tieren fast in einer Symbiose zusammen. Mir scheint noch stärker als die Beduinen mit ihren Kamelen. Und was sie gemeinsam mit den Sauriern anstellen, die Fertigkeiten, die sie den Tieren beibringen, verschlagen mir völlig den Atem. Die Wüstenreiter sind enorm fleißig. Ich habe noch keinen ihrer Krieger gesehen, der in Friedenszeiten nicht bereitwillig jede Art von Arbeit verrichtet. Außerdem bauen sie in Bezug auf ihre Umwelt unschlagbar ökonomisch. Jedes ihrer Gebäude kann in Windeseile ab- und woanders wieder aufgebaut werden, wenn der Stamm weiterziehen muss. Wenn sie jetzt nur noch die Dusche erfinden würden, wäre das Leben mit ihnen fast so schön wie im Paradies. Ah ja. Starke Mission. Und da fliegen wir mit dem Zeppelin. Aus der letzten Mission. Mit dem guten Händler. Der Starve ich jetzt nicht mehr weiß. Der ist auf jeden Fall so ein dickerer Dude. Und so ein dickerer Weixer. Weixer ist momentan auch irgendwie eins meiner Lieblingsworte. Vulkan. Oh, da kommt jetzt der Obermod wahrscheinlich. Hier die alte Sack. Mit seiner dicken Zigarre. Erinnert mich an Tykes. Neiden Sie die Zündung ein. Jawohl, Sir. Der glotzt, Alter. Vulkan-Ausbruch. Die Tiere sind wirklich panisch. Wir werden sie neu bewerten. Müssen wir da ganz den Gewalt andenken. Mein Fisch. Yeah. Wow. Gleich gegen den Allosaurus kämpfen. Ich würde mal sagen, wir nehmen hier mal die Sperrwerferinnen, die ich habe. Mal so als kleine Hilfe vielleicht. das Dino-Problem ist unter Kontrolle. Na, allerdings haben sie viel Schaden angerichtet. Ich glaube nicht, dass es das war. Ich habe so eine komische Vorarbeit. Die kommen wieder. Wenn du das ernst meinst, dann sollten wir das Lager an einer anderen Stelle in Europa. Ja, lass uns das machen. Schicken wir einen Speer nach Westen, um einen geeigneten Platz zu finden. Der liegt fruchtbares Land. Gut. Bereiten wir unseren Umzug vor. Die Wüstenreiter sind ein mobiler und flexibler Lortenschamm. Sie können ihre Gebäude schnell abbauen und gewinnen bei die den Bauaufgewendeten Rohstoffe zurück. Alles ist für dich. Ball, das mache ich gleich noch. Dann muss ich später hier nicht mehr so viel machen. Es ist eine Ehre. In mir wächst zuversichtlich. Es ist eine Ehre. Wer wisst, ich spiele nicht blind. im Platz gefunden. Eine große Ebene im Westen. Dort sind erst mal sicher. Dann würden wir nicht lang fackeln. Lasst uns die Dächer gleich abbauen. Die Fußtruppen der Wüstenreiter können im Notfall genau wie ein Arbeiter Gebäude errichten. Die Wüstenreiter verfügen über ein mobiles Haupthaus. Ein fahrbares Lager, das gleichzeitig das Einheitenlimit erhöht. Wie beim Nordvolk können hier neue Epochen erforscht werden. Die Wüstenreiter benötigen als einziges Volk Schädel, um eine neue Epoche zu erforschen. Das finde ich als Nachteil bei denen. Wie das anhört, da ist ein Nachteil bei denen. In mir wächst Zufall. Los geht's. Sicher. Naja. Nächste Aufgabe. Aber da kann man nichts machen. Ich bin dabei. So, dann nehme ich das Artefakt schnell mit. Und laufe jetzt nach da unten. Okay. So, äh, Wegfreikäppen, like. Weil ich glaube, hier werden dann eventuell noch ein paar Viecher vielleicht kommen. Weil die Saurier, die kommen ja höchstwahrscheinlich wieder. So, da sind sie. Und die laufen auch da unten. Also, also, baut mir jetzt erstmal eine kleine Kasane hin. Und die bauen wir hier dahin. Ein paar Zelte. Es reicht mir genau für drei Zelte und eine Kasane. So, ich pack'n. Den packe ich da an, weil da können die einen hier Holz fällen und da Stein sammeln. Habe ich gleich instant auf der Karte erkannt. Ihr könnt mir hier nichts sagen, obwohl ich das hier schon gespielt hab. Habe ich das trotzdem noch auf der Karte erkannt, weil da hinten unten diese dicken Vierecke sind oder und oben sind richtig viele Steine. Die sind eigentlich nur 1500, aber naja. Ist ja auch egal. Steine sind Steine, würde ich sagen. Ja. Hattet ihr es an. Schon unterwegs. Arbeit. Arbeit. Du 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 du. Was gemacht. Ja. Was wollt ihr? Die hohe Grafik hier sieht aber auch schon irgendwo schön aus. Obwohl ich kein Fan von hoher Grafik bin. Arbeit. Ja. Was gibt's? Ja. Geht klar. Dann wird hier mal ein paar Arbeiter noch gemacht. Packen wir es an. Was steht an? Arbeiter ist hier. Arbeit. Arbeit. Ja. Zwei. Drei. Da habe ich sechs Stück Holz sammeln. Ja. Los gehen. Und ich mache fünf die Holz sammeln. Arbeiter ist hier. Ja. Moment. Da hin. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Äh. Das sind sechs. Okay. Was gibt's zu tun? Hm. Der sammelt Stein. Würde ich sagen. Steine. Da habe ich hier noch ein bisschen was frei. Was gibt's zu tun? Was wollt ihr jetzt? Arbeiter ist hier. Kann hier dann immer die Dinos eigentlich auch wegrennen. Zu Diensten. Finde ich recht amüsant. Macht euch bereit. Okay. Ich stelle ich sie mal hier in die Schlucht rein. Lauf! Oh da oben so ein paar Ionics. Da würde ich sagen. Töde ich schnell. Nicht dass die dann etwas zu nah an mein Lager rankommen. Weil da muss ich sagen das wäre jetzt für mich eher vom Vorteil was wollt ihr wenn die hier nicht so zu nah rankommen. Denk mal die brauche ich jetzt nicht. Woche 2 Aufgaben habe ich umzubauen sie Gebäude finden sie geeignet Platz drei Zelte bauen erforderlich die zweite Woche im Rohstoff Sammler genau Jippie Jia Sie dürfen nicht entkommen Ich hab da eine Geht's los Okay Und los Macht euch bereit Was hast du vor Ich will kämpfen Nächste Aufgabe Auf dem Weg Ich geh vor Um mächtigere Dinosaurier bauen zu können benötigen Sie eine mittlere Saurier Sie können diese entweder von Grund auf errichten oder eine kleine Saurier zu einer mittleren Aufrüstung Könnte ich jetzt machen aber mach ich nicht Oh Der Umzug wäre beendet Und die Schüchen stehen wieder farblich sortiert im Schrank Ja meine Süße Wir haben wirklich den perfekten Platz für unsere Zwecke gefunden Ja Bustin Aho geht gleich aus Aber es gibt ja keinen Na alles klar Und die Schüchen stehen wieder farblich sortiert im Schrank Auf dem Weg wie Cole das gewerkt hat Ich kann Ich würde mal behaupten... Ich baue jetzt eine Mauer. Bar... Barbaren? Hier? Es ist eine heilige Stätte. Sie haben uns vertrieben. Nun entweihen sie den heiligen Boden. Klingt genau nach unseren alten Freunden. Dann wird es Zeit, ihnen eine neue Lektion zu erteilen. Was muss erlegt werden? Barbaren in der Wüste. Die machen hier ganz bestimmt Urlaub. Muss ich mal so behaupten. Das ist wirklich ganz bestimmt Urlaub. Da spricht auch nichts dagegen. Weil vielleicht wollen sie ja so ein bisschen Erholungsurlaub. Weil wo haben sie lebend sind? Zuvor waren sie ja in so einer Eiswüste. Und da wollen sie vielleicht mal was anderes haben. so von der Eiswüste in die normale Wüste. Weil die dachten sich ja wahrscheinlich... Die dachten sich so bestimmt... Ja, weil... So... Ja, wir waren hier schon voll in der Eiswüste. Jetzt will ich eine normale Wüste sehen. Ich will Sand sehen und keinen Schnee. Und dann sind sie in die normale Wüste gegangen. Was wollt ihr? Und darum sind sie jetzt hier. Die Swaggy Broodys. Ja. Morgen ist Donnerstag. Und ich nehme mir schon, glaube ich mal, schon fast wieder halbe Stunde auf. Ah, das war... Das geht richtig schnell. Irgendwo. Irgendwie. Jetzt mache ich jetzt einfach noch meinen Rohstoff sammeln. Okay, ich brauche mir Holz in den Steinen. Ach das so. Jetzt stehe ich jetzt da hin und den da hin. Vorwärts, ihr Muttersöhne. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich gerade aber so wenig Rohstoffe habe. Weil ich hier einfach mal Dingens gemacht habe. Hier. Ja, ähm, die Erforschung von Epoche 3. Arbeiter ist hier. Hier bereit. Auf geht's, Kleiner. Der Kleine ist hungrig. Lauf! Bewegt dich! Bewegt dich! Bewegt dich! Mein Speer steht bereit. Was wollt ihr? Kein Weg zu weit. Auf geht's, Kleiner. Der Kleine ist hungrig. Lauf! Arbeiter ist unter Kontrolle. Bereit zum Kampf. Mit Sicherheit. Wir lassen uns nicht aufhalten. Mit Sicherheit. Was soll ich aufschließen? Was soll ich aufschließen? Was muss erlegt werden? Wir Frauen sind eindeutig bessere Krieger als die Männer. Wir sind ausdauernder, widerstandsfähiger und schlauer und genauso rücksichtslos. Wie? Was heißt hier? Kein Schwangerschaftsurlaub? Wir Frauen sind eindeutig bessere Krieger als die Männer. Schwangerschaftsurlaub, wenn man sich betitelt, wenn man sich besser, wenn man sich ungefähr genauso gut betitelt wie Männer. Ja, okay. Männer haben keinen Schwangerschaftsurlaub, darum brauchen die auch keinen. Würde ich mal so sagen. Oder behaupten. Wenn die sich wundern. Deswegen. Zu Diensten. Zu Diensten. Ja. Ein Verehrer meinte mal, ich hätte sein Herz mit einem Pfeil durchbohrt. Er hatte recht. Ja. Das ist... Ein Verehrer meinte mal, ich hätte sein Herz mit einem Pfeil durchbohrt. Ego genial. Der Mann ist hungrig. Alles unter Kontrollen. Der Mann ist hungrig.